Ah ja. Da. Ach, guck mich ja an. Ach, das wolle. Da hab ich noch Marble. Wax. Ähm. Rein damit. Wie viel krieg ich denn so aus einen raus? Normal krieg ich drei Stück, soweit ich das weiß. Mal schauen. Das dauert ein bisschen länger, weil ich das alles da oben reingeknallt hab. Ähm, zack. Es geht schneller. Yeah. Fünf Stück. Zwei mehr. Wohnt ja schon was. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Lampen überhaupt heißen. Achso. Ähm. Ach, hier sind sie. Lamp. So, passt schon. Letzte Lampe. Blue. Wer ist denn? Light Blue. Black Lamp. Aha. Green Lamp. Aha. Blue Lamp. Sehr normal. Ach so. Aber mit Redstone normal und ne Redstone Fackel. Ähm. Ja, Knochenmüll und Lapis. Und Knochenmüll hab ich ja gerade hergestellt. Oder mach ich das. Mach ich. 60 Stück. B.D.F. Ähm. Ähm. Lapis. Lapis hatte ich hier noch drin, ne? Ne, gar nichts mehr. Dann tue ich einfach mal die Hälfte hier mit rein. So. Zack. Dann. Ähm. Ähm. Wie viel hab ich denn? 56 Stück. Also 28 Redstone Fackeln. Ähm. Zwei Stück hab ich hier. So. Und dann brauch ich Glasscheiben. Sechs Stück für eins. Und dann brauch ich einige von. Ein Glas hab ich alles oben. Ähm. So wenig Sticks. Wabba Wut. Ich glaub das war wo die Sticks rauskommen, ne? Ne. Von hatte ich gar kein Neues mehr, ne? Naja egal. Mach das halt so. Zack. Hä? Na ja, keine Ahnung. Ähm. 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 Ja. Glas hatte ich oben. Hier hab ich stein noch drin. Und weil ich ja eh genügend Glas brauch. Kann ich ja nochmal welches herstellen. so. So. Zack, zack, zack. Dann kann man wieder nach oben rennen. Rennen, rennen, rennen. Ähm. Ähm. Was war das denn für ein Geleck geaimt? Ich dachte ich war schon drüber und mit einmal falle ich da runter. Ach man ey. Ich hab auch immer noch nicht rausgefunden was da noch für Mats dazu kam. Hm. Vielleicht weiß das ja einer von euch und kann das mal in die Kommentare schreiben. Was ist das eigentlich? Aha. Genau. M-I-Mate waterproof pipe jetzt? Okay. Ähm. Pipe. Da. Gibt's auch. Hm. Logistics pipes. Okay. Hm. Also das kommt auf jeden Fall auch noch bald. Das ist ein schönes System bauen. Ah, Zeit schlafen. Schon wieder mal. Boah ey. Ich sag ja, die Zeit vergeht ganz schön. Viertel Stunde ist es auch schon wieder oben, also ist es auch schon wieder ein neuer Bad. Ich hab genau 1845 angefangen aufzunehmen. Was für ein Wunder ist. Genau, Punkt. Achja. So. Glas. Hey, ich hab gar nicht mehr so viel Glas. Boah, jetzt leckt das sich. Ah, jetzt. Das sind 32. 64. Ich glaub das sollte so dann reichen. Wollen wir mal schauen. Zack. So. 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 So machen. Ähm. Ne. Das reicht doch gar nicht. Was mach ich denn da für Müll? mut herzlich. Okay. Zack. 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 Jetzt reicht es auch. Okay. So. jetzt hab ich 28 stück ich hab's rübergeschafft ohne dass es wieder rumgeleckt hat so ist das alles so nicht anders ich würde sagen hier nicht da da ach komm schon geht doch ok das findste steht komisch egal in die ecke 1 rein hier in die ecke komm schon und da rein komm schon eigentlich kann man noch so so für die andere seite so und so da kann das ruhig auf beiden seiten durchleuchten dann hat man hier nämlich auch schon lichter durch ok das weg das weg zack zack ich schiede dafür einmal ganz kurz schön hell dinge sind wirklich schön hell so hier noch eins hin so und so viel braucht man dafür nämlich gar nicht ich schiede das jetzt gar nicht zurück ich gehe einfach pennen ähm gute nacht die lampen sind schon geil gemacht ok hau ich mal hier alle fack hinweg dass hier gleich den mabel hin pflanzen kann so das weg das die mal wegzukriegen ist scheiße mann ey kommt schon es sieht voll komisch aus wenn es da durchblickt ok so ach komm das was weiß ich dass der entner nicht da unterscheiden kann zwischen den beiden und überhaupt bei dem holz genauso das müsste die mal noch ein bisschen verfeinern dass die auch genau dazwischen unterscheiden können zwischen den verschiedenen farben und überhaupt zwischen den verschiedenen arten davon nein immer noch nicht genügend boi ach ja ich habe mir extra die spitze geholt gehabt ouch so boah hier geht es aber auch rüber und runter ach du scheiße dann mal so ok halt's maul und ja zombie und gleich gehst hier irgendwo durch ne ach da ähm stein dabei raster stein zack und dicht machen so 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 so